Ich möchte neue Leute kennenlernen und ich möchte auch Frankfurt besuchen. Und natürlich möchte ich Deutsch verbessern. Es ist eine großartige Möglichkeit neue Leute und auch Leute aus anderen Ländern kennenzulernen. Das ist in der Slowakei nicht so einfach. Ich liebe es außerdem zu reisen, deshalb ist es für mich toll hier zu sein. Menschen aus Mittel- und Osteuropa und anderen Ländern, junge Menschen begegnen sich hier für mehrere Tage bei uns, damit wir deren Realität kennenlernen, uns von deren Realität erzählen lassen und damit sie unsere kennenlernen. Vielleicht genauso nach dem Motto, das wir auch für diese Tage hier vorgesehen haben, mit meinem Gott überspringe ich Mauern, denn wir merken, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es noch extrem hohe Mauern zwischen allen Ländern Europas. Manchmal werden die sogar im Moment eher größer als kleiner. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Mauern kleiner werden. Dass wir daran denken, dass wir nur gemeinsam eine Zukunft haben. Wir wollen als Christen gemeinsam für dieses Europa einstehen. Und das soll hier uns in diesen Tagen ein Stückchen gelingen. Wir gehören hier zur Gemeinde St. Hedwig, sind hier auch aktiv, haben heute auch den ganzen Tag mitgeholfen, hier auch die Verpflegung für die Gäste bereitzustellen. Und wir finden es einfach auch toll, dass eben jetzt so internationale Gäste sind, junge Menschen aus anderen Ländern. Das ist bestimmt auch ganz spannend, diese Tage zu erleben. Bis zum nächsten Mal.